Na ihr kleinen Affen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Survival Games. Und wir spielen heute wieder... Warum verzehre ich meine Stimme so komisch? Auf das, MC. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall spielen wir die Map Zischlp als Achtermap. Yeah. Und ein Schwert. Ein Schwert. Und ein Schwert. Noch eins. Hier kann man runter. Das eine wurde mir einfach wieder weggenommen. Ich fühle mich wie Robert. Ja. Auf der Map? Ja. Ich muss mich bewegen. Ja, darf man nicht nach draußen, wolltest du sagen, oder? Ja. Wo bist du überhaupt? Unten. Geht's schon gleich los, ne? Oh, die wollen mich belagern. Da bist du. Zieh mir eben was an. Alter. Ja, hier komm. Hier, 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 hier. Zack. What? Was das? Oh. Komm, den einen. Ich hab den. Oh. Du hast den. Okay. Oh. Scheißegal. Ja, für mich. Ich konnte so schnell gar nicht gucken, welches Schwert ich jetzt wie. Hast du gesehen? Ich bin hier einfach unten durchgelaufen. Ja. Hab die dann von hinten gehauen. Da kommt er, ne? Wo, was? Wie? Ach, da vorne. Okay. Davon springt direkt. Und? Da. Oh Gott. Er hat mich, er konnte sich nicht mal rechtzeitig umdrehen. Das ist so eng hier alles. Ja, ich wollte sagen noch, mal wieder hochgehen nebenbei. Genau. Ich wollte sagen, man darf hier nicht runterspringen vom Schiff. Das haben wir im ersten Versuch gemacht. Man darf da nämlich nirgendwo hochklettern. Da hinten sind zwei. Das ist ein Team anscheinend. Okay. Ich komme mal wieder zu dir. Ich bin unten. Aber einer verfolgt dich, glaube ich, auch so alleine, oder? Ich sehe doch da. Oder bist du das gerade? Ich bin hier. Ich bin hier auch. Sag mich nicht. Was hast du denn versucht hier gerade? Warte, warte, nicht durch mich durchlaufen. Hä? Ich wollte... Oh, da steht noch einer. Hat der dich jetzt... What? Alter! Hä? Hab ich den jetzt? Was? Ja, ja. Hast du. Ist das der letzte? Ja. Das... Mein kaputt. Okay. Mein kaputt, hab ihn. Ja, ich höre doch auf dich. Super. Da bin ich stolz auf dich. Stuhl. Das war... Das war schwer. Oh, das war schwer. Okay, die Achterdinger sind echt... Zu schnell. Ja, wir rechtfertigen das jetzt mal so. Quick SG hatten wir eh auch geplant. Ja, aber... Eventuell mal mit reinzuhauen. Man muss ja sagen, wir sind immer noch in den Vorproduktionen, ne? Also das ist das letzte Vorproduktionsvideo. Ne, das vorletzte. Ne, das letzte, stimmt. Das ist das letzte. Oh Gott. Jetzt da. Wir haben's... Wir haben's schon geschafft. Ey, das... Wie gesagt, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, dass wir innerhalb einer Woche sechs verschiedene SG-Maps noch zusätzlich zu denen, die wir sowieso immer schon haben, finden. Sogar jetzt innerhalb von zwei Tagen, ne? Haben gestern drei und heute drei aufgenommen. Ja, das stimmt. Und jetzt warten wir bis den Midschies. Kuchen. Oh man, ich wollte nen Kuchen hinstellen. Vielleicht freut es dich zu hören, dass ich in der letzten Sekunde mein Schwert noch mit Schärfe verzaubert habe. Das freut mich unheimlich für dich. Aber, äh, mir fällt auch gerade auf, ich mach mir lieber sowas hier noch. Lass uns doch kämpfen, ohne dass du das machst. Ja, lass uns... Ja, okay. Ja, gut, Alter. Ja, jetzt trifft er mich noch von 500 Kilometern aus. Alter, was? Was soll das denn? Verdichtet. Ich hab bloß drei Schläge oder so gebraucht, ne? Ich rede nicht mehr mit dir. Okay, auch mal Keks-Forcefield. Ja, der macht Minecraft kaputt, der macht mich kaputt. Einfach nur so. Oh ja, ich hab mal Goldabfeln. Soll ich auch nen Kompass in Hand nehmen? Oh, wenn ich die Kompass-Brüche habe. Nein, nehm kein Kompass in der Hand. Doch. Ja, Leute, ihr habt gesehen, grad ist, äh, Minikraft abgekackt. Stefan hat alles kaputt gemacht. Das ist einfach so ein mieser Vernichter. Ja, ich habe Robert so zerstört, da ist direkt sein Spiel ausgegangen. Dafür bugt er noch hin und her. Oh nee, der ist so... Mit diesen Worten will ich mich verabschieden. Wir verabschiedeln uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr kleinen Affen. Tschüss. Wui. Tschüss. That war. Bis zum nächsten Mal.